hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde zur minecraft staffel 6 folge 355 ich habe gesehen den letzten folgen gab es wieder ein bisschen mehr zuwachs von euch und das hat mir sehr gefallen ich habe einen kommentar bekommen von lieben raspo alle der hat nämlich geschrieben dass im schreiner oben dass der ein wunderschönes lied findet ihr nicht dass bei dem sägeblatt das holz gleich auf den kopf fällt also umkippt so dass der meister beziehungsweise übernehmen kann und das dann zur verarbeitung schaffen kann das hat ihm sehr gefallen wir brauchen jetzt hier eichenholz und das nicht wenig wir wollen ja heute muss das mal so machen wir wollen ja heute den das radhaus beginnen ich mache das mal so erst mal mir oben noch was drin das nehme ich jetzt mal alles mit und das mit der playlist nicht hin ich habe den bauplan nämlich hier vor mir liegen auf den zettel den ich gerade geknistert habe ihr habt es vielleicht gesehen und habe mir das ja mal ausgemessen müssten ja hier zu sagen beginnen das eigentlich völlig idiotisch gewesen von mir hier noch ein raus zu gehen aber da haben wir dann so eine kleine kleine wischwaschgasse hier weil hier kann man eh nicht die wand durchschlagen weil er hinten neben die bildchen sind dann kann man hier noch ein paar mehr fackeln aufstellen nicht dass er was es braucht nicht dass er was dort unten drunter so und da fangen wir mal am besten an müssen jetzt sagen hier anfangen und dann war das 3 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 wird ein bisschen breiter werden bleibt mir gleich hier drüben ich glaube die playlist hat sich aufgehangen also da läuft immer nur dasselbe das tue ich mir ganz kurz regeln dass das nicht so ist ach was mache ich denn hier drauf gehen so mehrere objekte hinzufügen ne nicht in downloads in der playlist wo habe ich denn meine playlist die habe ich doch hier abgespeichert machen wir einfach mal hier steuerung a und zu mal alle liter hinzufügen öffnen wiedergabe wo sind die los ein bisschen amerikan-traxemolado hier haben zack zack na was begehrt sie sie wollen leder haben oder das haben wir leder haben genügen da kann man auch mal hier ein bisschen was bisschen was dem volke tun naja guck mal hier ich nehme hier ein bisschen was mit und ich nehme auch ein paar smaragde mit weil gehandelt wird immer und ich habe so viel davon viel zu viel habe ich davon kann man auch mal die dorfohlen ein bisschen beglücken können was haben wir denn hier halt verliebe so ist er hier zack zwölf 9 markte eine leder jacke mit schuss sicher 4 und haltbarkeit 3 wir könnten ja auch mal unsere stadtrobe auffrischen weil unsere stadtrobe ihr seht ich habe immer noch meine diamanten rüstungen ist vielleicht ganz gut wenn wir hier unsere stadtrobe mal auffrischen hat die irgendwas hier an die ist einfach nur eine lederhose ein sattel das ist doch mal ein schönes angebot ich weiß nicht wie teuer das sonst ist will nix weiter vielleicht wenn wir hier mal die die hose kaufen jetzt rennt er weg ja nix mehr von uns ne hat sich ausgemärzt hier ein bauer der will 20 davon oder hier noch mal ein paar brote irgendwas muss er ja naja naja hier noch ein paar kürbiskuchen wird gehandelt heute melonen und äpfel naja zack oh ich schmeiß die diamanten sogar noch zu lassen sie sich stecken oder was nein lassen sie nicht ich hab das 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 chat noch an das muss man ändern muss versteckt sein ja meine lieben freunde haben wir hier ordentlich kuchen hier war doch irgendwo eine truhe da tun wir die kuchen erstmal rein ja da war ja was ja auch noch das sehr gut wir werden uns eines tages mal wundern warum wir so viele kuchen drin sind ohne alles ohne alles stuff aber die die das das lasse ich mal bei mir im Moment beziehungsweise das das kann man ja mal hier reinschaffen ach so da habe ich ja was gebaut stimmt ja hier ist zufälligerweise kein erde drin oder aber so ein ding ist hier drin zack da bin ich ja warte mal das kann ich ja mal zeigen na hier muss man da hoch gehen da habe ich so einen kleinen versuch gestartet und zwar muss man da hier runter gehen um hier runter zu kommen das kann ich ja nochmal kurz zeigen weil hier soll ja nichts geheim bleiben hier ist sozusagen die die truhe sollte mal ins lager führen irgendwann ist dann hier schon wieder was angetroffen ja die sind voll die sind gerammelte voll ist ja hier jetzt auch schon massenhaft drunter sein ja alles voll hier guckt euch das an wie die hier produzieren und es wird nacht und ich habe ein bett dabei mein lieben freunde die nacht ist rum ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag bis dahin ciao 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 ciao